Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Das hier ist mir kaputt gegangen. Siehst du das? Wir haben eine Türe gesetzt, oder? Der kommt noch besser, oder? Ja. Wingen, oder? Das Kabel anständig da rein zu drehen. Meine Videos sind alle kommerziell, sie sind publizistisch absolut daneben. Ich verdiene auch noch Geld mit diesen Videos zum Teil, also ich muss das mal sagen. Alles kommerziell, auch der ganze Laden da hinten. Das ist mein Laden, da kann man auch reinkommen, etwas kaufen. Man darf sogar mit Bargeld zahlen, man kann nicht nur Karten zucken und cashless. Das nächste grosse Event, das auch wieder gesponsert wird sein. Sorry, es ist halt alles so. Das ist die Route Gourmond. Auf jeden Fall, das sind sieben Stationen im Solothurn. Da läufst du dann auch umeinander. Das ist die Route Gourmond am 19. Mai. Darf ich euch das empfehlen? Am 19. Mai. Meldet euch an, ich verlinke es. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das fängt an bei La Couronne. Hotel, Restaurant, oder? Das letzte siebente ist dann die Souteria Solothurn. Das ist dann das Süße, oder? Also das gibt eine ganz tolle Geschichte. Route Gourmond am 19. Mai. Meldet euch an, jetzt. Weil das ist ein ganz toller Event und das kommt super schön. Buchhaltung und mehr als die Steuerabrechnung nicht. Der ist jetzt gerade dran. Der Computer hier, der macht den selber und so. Dann eben noch ein bisschen basteln und so. Das Haus ein bisschen in den Schuss halten. Oh, yeah. Es gehört alles auch ein bisschen dazu. Der ist noch sehr bequem. Da kannst du da wirklich drauf tun. Da kannst du da hinten noch ein bisschen anziehen. Man kann es also in die Linsen hineinschauen. Und ich bin mir das ja auch schon gewohnt vom Studio her. Immer in die Linsen hineinschauen, oder? Also das ist eigentlich kein Problem. Trotzdem beim Vloggen möchte ich einfach hinten dran etwas zeigen. Und das habe ich auch schon. Ja, mehr gibt es nicht für heute. Das wäre es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen. Und bis bald. Danke. Abonnieren nicht vergessen, gell? Ja, merci. Tschüss zusammen, danke schön. Tschüss zusammen, danke schön. Tschüss zusammen, danke schön. Tschüss zusammen